Am 15.06.2024, ab ca. 20 Uhr, führte die Polizei Bonn wegen der EM-Feierlichkeiten eine Verkehrskontrolle mit Laser am Berchter von Suttnerplatz durch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.